Ich habe, ich habe, als ich gestern gestreamt habe, also zumindest als ich den Scan-Stream gemacht habe, habe ich hier auf diesem Planeten eine Anomalie gefunden mit Magnetschild. Ja, ich muss das dann nachher machen und ich habe, habe ich Shepards Fassung nicht umgeändert, ich weiß gar nicht mal, ob ich das im Video gemacht habe oder ob ich das nachher im Stream gemacht habe. Oh, jetzt ist Shepard da. Oh. 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 Oh, ich habe die ganze Zeit immer F gedrückt. Ich habe gestern wieder Cyberpunk gespielt, da bin ich es gewohnt, Apps zu suchen. Zum Benutzen. Schildkern nicht aktiviert werden, weil Generator offen sein. Okay. Schildgenerator. Freischalter. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gebe es die beste Relay Und schau ich mal wo ich hinfliegen kann Feuergänger, Artefakt-Sendung, Reaper-FFS beschaffen, Jack helfen, Overlord untersuchen, Gav-Überfall Ich werde die Karte rekrutieren 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 Ach ich hole jetzt Thali erstmal Auf Haystrum Das war ja nicht die Karte Die Phänomene von Dolan Dem Stern des ZDF beobachten sollte Ich nehme einfach mal Gareth mit Ach ich nehme wieder Fane mit Bin ich mittlerweile eigentlich einer meiner Lieblingskarte Ich kann noch nicht genau sagen warum Aber ich finde ihn irgendwie cool Vielleicht sieht es auch an seiner Brille Ich werde die Karte Ach ich werde Ich werde die Karte Also vielleicht müssten wir es ja eigentlich mit. Bleiben wir einfach da hinten stehen. Wir sind hier. Ich bin für die anderen Zeit. Jeder, der das bekommt, findet Talisaur. Er hat das Daten oder Konten. Wir töten uns allein. Da. Incoming Dropship! Ich bin gerade lang. Ich glaube jetzt sind alle weg. Ich habe doch noch einen gehört. Ach, da oben ist auch noch einer. Ja... was das die 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 du das das Ach nicht. Vielleicht geht's hier. Nein, Gareth! Nein, Gareth! Das war's. Hier zusammen haben wir noch was hier üblich. Gareth steht nicht auf. Ah, da ist Gareth. Komm Fane, du magst doch eigentlich trocken. Ich kann doch nicht speichern. Komm. Da hinten noch welche rumschreien. Oh. Das ist Commander Shepard von Normandie. Ich habe viele Quarier aus dem Weg in. Du bist die erste Survivoren, die ich gefunden habe. Oh, damn. Warte. Shepard? Inspektor Talley hat mit... Oh, ich weiß nicht warum du hier bist, aber gerade jetzt, wie ein Organik ist ein willkommenes Sight. Wir haben Radio in Channel 617-Theta. Wir haben eine Stealth-Mission. High-Risk. Wir haben, was wir nachher waren. Wir haben uns. Wir haben uns gehalten. Wir können uns auf unsere船. Wir können die Daten durch die Solar-Radiation. Was ist dein aktuelles Position? Wir sind in Basecamp, über die Valle. Ich habe Talley-Zor in einer gesellschaftlichen Hälfte, dann wieder zurück zu all den Choke-Point. Wir werden Talley aus sicherlich ist unser Haupt-Priority. Wenn du siehst, können wir sie wegnehmen. Wir müssen sie wegnehmen. Hast du confirmation, dass die Geth nicht erreicht haben, Talley? Affirmative. Lass meine besten mit ihr mit ihr. Wenn du hier bist, kannst du sie mit ihr auf die Komm. Jeder Marine auf dieser Runde ist geplant, zu protester Talley-Zorra. Sobald wir uns noch einigen, wird es sicher sein. Du gehst dein Leben weg für Forschung? Negative. Ich gebe mir mein Leben für die Migrant-Fleet. All die Unterschiede in der Welt. Ich bin kein Experte-Texperte, Shepard. Ich bin Marine. Sie sagen, ich schreue. Ich schreue. Sie sagen, sie schreue. Sie schreue die Daten. Sie können sie sicherlich sein. Ich habe mein Job gemacht. Aufmerksamkeit. Wir werden sie zurücker. Warte, warte, wir haben ein Schiff zu kommen. Wir haben ein Schiff zu kommen. Ich binokoziehen. Sie müssen die Play-Man erschreven. Man muss sich zu kommen. Ich muss das Kallum bewegen. Währendst du den Temper И jetzt ja 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 Das war jetzt nicht gut, dass ich hier auf zwei Fronten gekämpft habe. Sie werden mit beiden Sensor-Charges geschehen. Was ist das? Da! Da! Okay, got me out. Junge, wie viele EGF kommen denn da? Na, ok. Muss doch mal dran denken. Harleys Tagebuch, Sprengladung. Ah, jetzt kommen die, die kommen aus dem Boden. Ja, kommandant. Ja, kommandant. Ja, kommandant. Jetzt ist er auch tot. Mit Iridium. Ja, kommandant. Nee, hier ist kein... Ja, kommandant. Ja, kommandant. Ja, kommandant. Ja, kommandant. Nee, da gibt's auch keinen Punkt. Da muss ich erst da unten rein. Ja, kommandant. Ja, kommandant. 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 auch wieder aus dem Boden oder haben die sich einfach nur verirrt? Ja! Das war nicht alle, oder? Na, wo waren die Seile jetzt nochmal? Ja, da drüben. Ja, da drüben.